Alles hübsch weihnachtlich zu dekorieren, schreckt Mutti auch vor dem lebenden Inventar nicht zurück. Auf der Suche nach dem idealen Haschisch-Keks-Versteck, darf sowas schon mal passieren. So ist das, wenn die Kommune kein Geld für Spielplätze hat. Die Kekse spielen in der grimmen Welt der Erwachsenen. Ach, die Jugend von heute. Ein Glück, dass das keine Dynamik-Kerzen sieht. Er kostet die Sache richtig aus. Der kleine Kuno versteht mehr vom Leben als die ganzen anderen Schreihälse. Mit dieser Masche kommt sie immer durch. Noch. Kinder beschämen ins alte Knilche immer wieder durch ihre possierliche, unbefleckte Putzigkeit. Gerade lernt die kleine Zilli, was es heißt, sich mal richtig zu konzentrieren. Och, nö. Naja, es gibt ja auch nicht die Gäste. Du- Du- Vielen Dank.